Gegen Rassismus und Intoleranz in Pankow ist angeradelt worden. Aufgerufen dazu hatte Vosiva eine Gruppe junger Berliner, die mit politischen Aktionen das Zusammenleben in der Stadt verbessern wollen. So gab es Zwischenstopps an Läden, die in Verdacht stehen, rechtsradikale Propaganda zu verbreiten. Ziel der Fahrraddemo war das Festival Open Air for Open Minds in Buch. Untertitelung des ZDF, 2020